insta Mädels, alles cool hier? יח. ja, da sind sie wieder aus gegebenem anlass macht auch noch und diesmal wird's wild hast du ein problem fahren Alexander, was ist hier los? was ist das für ein Hobscher Buch dann halt dich mal gut fest los Sabrina Sie ist versprochen. Geldgeflosse. Muss empfinden. Da stimmt doch irgendwas nicht. Der verheimlicht uns doch was. Hast du diese Leute alle mitgebracht? Ja. Es sind doch viel zu viele. Wir haben ein Closed House. Herr Trumpf. Wir arbeiten hier nach einem Plan. Na, niemand baut Mauern besser als ich. Ich bin ein Mädchen. Das hab ich mir schon gedacht. Was machen wir mit ihr dann, wenn wir sie haben? Kofferdruck! Was? Die neuen Sneakers am Fuß, am Brilli, am Ohr, die gibt's für WM. Muss ich haben. Eine SUV, mit der ich durch die Straßencruise alle Bräute machen. Muss ich haben. 3D-Platskling, größer als ein Bus. Und meinen eigenen Fußballclub. Muss ich haben. Muss ich haben, muss ich haben, muss ich haben. Es ist Nachtruhe! Das ist so ein Spießer. Das hab ich gehört, Alexander. Das ist Musik, Musik. Gibi, was soll man jetzt machen? Macht mal halblang, ich kann Hexen. Sie sind nicht mehr Herr hier in ihrem eigenen Haus. Wir schaffen das! Bitte? Yes, Weekend! Ach, ich kümmere mich im Plan B. Was für ein Plan B? Tina! Hier kann man nicht einmal einen entspannten Sommer haben. Bibi und Tina. Tohu Wabohu total. Man sieht sich. Sooner oder later. Im Februar im Kino. Und dann ist Schluss. Ist so.